Nächster Halt, Next Stop, Zell am See Bahnsteig 3, Rex 3 nach Wörgl Hauptbahnhof fährt ein Zell am See Bahnsteig 3 Die nächste Reisemöglichkeit ist Regionalzug nach Krimel, Abfahrtszeit 9 Uhr Für diesen Zug fährt ein Schienenersatzverkehr Bitte Busfahrpläne beachten Eine Information zu S3 von Salfelden, Ankunftszeit 8 Uhr 27 Dieser Zug fährt heute auf Bahnsteig 2 ein Attention please S3 von Salfelden, scheduled arrival time 827 will arrive at platform 2 today Bahnsteig 2, S3 von Salfelden fährt ein Dieser Zug endet hier Eine Information zu Regionalzug nach Krimel, Abfahrtszeit 9 Uhr Für diesen Zug fährt zwischen Zell am See und Krimel ein Schienenersatzverkehr Bitte Busfahrpläne beachten Attention please Regionalzug durch Krimel, scheduled departure time 9 Uhr Will be replaced by bus service today Note the bus timetables Bahnsteig 2, Rex 3 nach Salzburg Hauptbahnhof über Schwarzach, St. Veit und Bischofshofen fährt ein Achtung Zugfahrt Bahnsteig 2 Kinderwagen und andere Gegenstände bitte festhalten Attention please Platform 2 Train passing through Please secure your baby buggy and personal items Sister fini Hui Immer